Hallihallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Spacecraft und ja, mit dabei ist wieder der Konzo, hallo. 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 Ja, ich bin immer dabei. Ja, klar. Und ich spiele heute mit Shadon. Ja, sorry. Ja, das ist sehr geil auf jeden Fall. Aha. Das muss ich noch mal sagen. Und ja, wir wollten ja in jeder Anfangsfolge mal einen Lucky Block machen, solange wir Lucky Blocks haben. Ah ja, genau, genau. Darum? Darum würde ich einfach mal sagen, Lucky Block. Oh, was mein ich? Juhu, ich hab einen. So. Hä? Und bei mir, ich hab gar nicht so viele FPS. Wartet mal. Freunde, diese Folge lasse ich noch schnell die Shader raus, weil es ist komisch, weil sonst geht das manchmal, aber heute irgendwie nicht. Ja, egal. Egal. Dann spiele ich schnell ohne Shader, das ist ja egal. Nein, nein, schreibt mir einfach in den Kommentar, ob ihr wirklich Shader braucht. Wenn ja, dann packe ich die dann rein. Und ja. So. Okay. So, und ich hab heute die Musik direkt im Hintergrund, aber ich mach die jetzt mal leise, weil wir jetzt mal Lucky Blocks machen. So. Ähm. Also, ich. Ah, nein, sorry. Nein, sorry, nein, sorry. Sag doch. Nein, ich hab nichts. Ich wollte fragen, ob du zuerst machst. Ach so. Äh, das ist, ja. Ich wollte nur was sagen. Ich hab mir ein Video angeguckt zu den Lucky Blocks und es kann TNT rauskommen, was voll weit springt und darum gehen wir heute mal weiter weg, weil ich hab Angst. Ah ja, das kann, das kann das gehen, Lord. Ja. Aber komm, ich mach, also, ich fang, warte, wer hat letztes Mal. Ich weiß nicht mehr. Mach du. Okay. Hast du irgendwas zu essen noch? Essen, äh, ja. Ich hab noch. Oh, gut, gut, gut. Ich brauch unbedingt noch was. Weil mein leckeres Beef kriegst du nicht. Das ist für mich. Ich hab ohne Witz, ich hab ohne Witz lieber Schwein. So. Lieber Schwein, okay. Achtung, jetzt drei, zwei, zwei. Oh. Redstone-Zoix. Oh, richtig viel. Du hast ein Redstone-Tool bekommen. Geil. Ich nehm die anderen Sachen. Mein ganzes Invental ist voll. Ja, das ist geil. Das ist das Kids, wo es am meisten Sachen gibt. Oh, jawohl. Ich liebe diese Tool-Dinge. Die sind wirklich gut, aber die sind rätselhaft. So. Ja. Ja. Und drei, zwei, eins, so. Die Redstone-Boop. Ja, jawohl. Ja, noch so eins. Okay, das ist dann für dich. Geil, wir hatten bis jetzt nur Glück mit den Dingern. Warte, warte. Ich muss dir noch. Ich geb dir noch jeden Rest. Da war da auch TNT drin. Das, das... Warum schmeißt du mich alles voll? Oh, ich hatte keinen Platz mehr. Okay, kein Problem. So. Dann lagern wir immer die Sachen. So. Ähm, 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 ähm. Würde ich sagen, wir lagern alles. Oh, ja, ja. Und ich würde sagen, heute besorge ich uns schnell noch ein zweites Bett. Das wäre nicht schlecht. Ja. Und, ja. Mal probieren, ja. Okay. So, ich begebe mich der Melle auf die Reise. Mal schauen. Okay, geil. Oh, wir haben ja keine Waypoints. Oh, ich muss richtig aufpassen. Du musst richtig aufpassen, wo du hin, Leute. Na ja, das schaffe ich schon, das schaffe ich schon. Warte, ich esse noch die Fischschwänze, weil die fand ich geil. Die Fischschwänze? Ja. Was? Hast du... Oh, hier habe ich gefunden, ja wohl. Ja? Ja. Und du tötest das natürlich. Nein, ich habe hier, hier sind drei Schafen, drei. Okay, geil. Dann haben wir jetzt noch ein Bett. Jawohl, jawohl. Was wollte ich eigentlich machen? Hm. Genau, ich habe ja eigentlich auch nichts groß überlegt. Ich habe hier jetzt einfach da... Oh, wir haben ja gar nichts überlegt, was wir machen. Also, ich habe mir überlegt, hier ein bisschen das Haus erstmal den Boden zu machen, weil es sieht hässlich aus. Und das mit dem Texture Pack ist ja jetzt auch gefixt und ich überlege, sollen wir das Haus aus hellem, weißem Holz, also weißem Holz oder normalem? Ich gucke mal. Äh, keine Ahnung. Mir ist das egal. Okay, weiß, helle finde ich irgendwie doch schon ein bisschen verschöner. Manchmal. Kommt drauf an, aber. Ja, dann können wir das auch direkt versuchen. Ja. Aber dann muss ich noch gleich hier ein bisschen Holz fahren gehen, dass wir hier auch alles schön haben. Und ich mache hier erstmal ein Bett. Ah, das ist richtig komisch, dass ich mit den Scheidern in die leckt. Das war komisch. Dann musst du beim nächsten Mal gucken, was da falsch ist. Egal. Oh, dein Bett. Oh, ja gut, wo die stehen ist noch nicht so optimal, aber. Nebeneinander. Ihhh. Oh nein, warte dann. Ich stinkt. Ich will nicht neben dir liegen. Okay, dann gehst du neben die Lava. Okay, ich lau neben der Lava. So, hier, mitten in der Eck. Mach einfach. Läuft. So, und was will ich noch? Ich gehe noch ein bisschen Essen besorgen, dass wir ein bisschen einen Vorrat haben. Achso, ja, genau. Und ich verschöner unser Haus, weil das ist hässlich. Naja, das sieht gut. Okay. So. Gut. Boah, wie ein Lian im Haus hier. Was soll denn das, ey? Ja, läuft. Brauchen wir ja nicht. Hast du schon einen Ofen? Einen Ofen? Ich glaube, ja. Ähm, nö. Einen Ofen kann ja nicht mehr. Ja, egal, mach ich ja gleich, mach ich gleich. Ich mach gerade. Ah. So, es schief wird jetzt. Hot Topic hab ich gerade bekommen. Oha, oha. Ich bin heiß. Ups. So. La, 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 la. Schöne Musik hab ich. Ah, die läuft. Ah ja, die läuft ja jetzt im Hintergrund schön. Ja. Ja, ja, ja. Das ist voll schön. Dann hab ich voll schön alles gut. So. Und auch ein bisschen weniger Arbeit beim Schneiden. Da ist die Hülle. Richtig cool. So, und. Boah. Ich hab eine Höhle gefunden. Also eine Schlucht. Geil. Dann können wir endlich mal irgendwann eine Höhle machen. Aber in dieser Folge machen wir so ein bisschen Verschönerung und Essensvorrat, würde ich sagen, oder? Ich glaube ja. Vielleicht geh ich dann noch schnell mal reinschauen in die Höhle. Mal schauen. Okay. Aber wir können ja vielleicht eine danach kommen, folgende Folge. Oh, das war geiles Wort. Können wir ja, dann können wir vielleicht mal eine Höhletour machen. Ja, können wir ja. Aber ich hab andere Probleme. Ich finde die Hütte nicht mehr. Oder? Nein, wo ist es so aus? Ich bin hier an anderen Biogen schon. Ich kann die Koordinaten sagen, falls du du brauchst. Nein, ich will das noch jetzt so richtig adventuremäßig finden. Du willst wie ein harter Mann. Ja, ja, genau. Genau so einer. Ja, ja. So einer bin ich von den harter Mann. Oh, ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Okay, gerne. Ich bin auf den Bäumen. Guck mal. Ich bin auf den Bäumen gegangen, weißt? Und dann. Juhu. Und ich hab's hier direkt schon mal ein bisschen schöner gemacht. Herr, aber warte, wir haben gar keine. Hast du Kohle gefunden? Kohle? Nee, ich war ja noch nicht in der Höhle. Haben wir keine Kohle? Nee. Aber wir haben eine Redstone-Lampe und einen Redstone-Block. Dann können wir einfach mal Licht machen. So richtig billig sieht das gerade aus. Boah, wir haben die billigste Hütte ever. Aber geil. Geil. Okay, warte, ich verschöner das nochmal. So, ich bin drin. Aber das Redstone-Tool finde ich richtig geil eigentlich. Das wird ein richtig Glück. Ich leg da jetzt einfach ein bisschen Holz rein. Ah, so eine chinesische Lampe hier. Sieht auch ganz typisch aus. Was, ich hab nur zwei Beef. Lol. Ja, geil. Äh, pennen wir schnell wegen Nacht, wie ist das? Naja, genau. Ich schlafe bei der Lava. Auf jeden Fall kuschelig. Hoffentlich falle ich nicht morgens in die Lava. Oh, morgen, weißt du. Und gute Nacht. Der Weg kann, ding, ding, ding. Da geht in die Lava. Oh, guck mal, wo ich gelandet bin. Genau im Sicherheitspunkt. Oh, was mache ich hier? Oh, bei einem falschen Modus. So, hier diese Trennwand. Oh, wir sind getrennt mit den Zimmern. Warte, ich mach vielleicht hier. Können wir ja unser Schlafzimmer reinmachen. Okay, okay, ja, ich seh das nicht. Ich suche mal. Was? Brennst du nach? Ich brenne. Nein. Das stimmt nicht. Ja, egal, aber das Bonn ist doch gerade hier, oder? Nein, nee. Ach, nein. Nee, das Bonn ist gar nicht hier, oder? Doch, aber ich bin gestorben. Ja, wir haben hier geschlafen. Ah, ja, genau. Ich bin gestorben. Nein. Ja, egal, wir hatten kein Level und nix. Also, geht dann. Ah, ja, doch, ich hab jetzt noch 15. Ich hatte ja so viele. Egal. Ah, ja, genau. Auf mysteriöse Art und Weise. Ja, sagen wir einfach mal, das war ein Bug. So, ich geh nochmal ein bisschen anderes Holz farmen, weil ich habe vor, in unserem Schlafzimmer so ein bisschen dunkleres Holz zu haben. Wenn wir auch abends so erotisch haben, ein bisschen hier so weiß. So ein bisschen weiß. Oh, ich bin hier gerade am Kohlefarmen. Ich bin jetzt doch in diese Schlucht einfach mal reingesprungen, weil da Wasser war. Das war Chili. So. Und jetzt bin ich, ich farm ein bisschen Kohle, dies und Eis. Denk mich einfach, ja, ich geh in die Schlucht rein. Und viele, mein Leben. So. Ja, genau. Hier, Baum. Oh, mit einem Hammer kann man ja auch Dings abbauen. Oh, noch mehr rote Pilze. Ich wusste das gar nicht. Was wusstest du nicht? Dass man mit einem Hammer Erz abbauen kann. Oh. Das ist geil. Gibt es hier eigentlich so spezielle Bögen und so? Bögen? Weiß ich nicht, glaub nicht. Ist ja kein Kämpf-Mod-Pack. Ist ja eigentlich nur so für hier Abenteuer. Adventure-mäßig, ja, ja. Ja, so Erkundungsgebiet. Jo. Mal gucken. Jetzt kann ich auch diese mysteriösen Blöcke, die hier platziert wurden, nehmen. Und das ist Block of Steel. Usable for Beacon. Ach, geil. Das sind Stahl. Wir haben hier Stahlblöcke. Lol. Ah, das sind neue Blöcke, also. Ja. Ah, cool. Und ich bin hier. Hoffentlich seht ihr hier was bei mir. Also, ich hoffe mal. Naja, das soll doch nicht gehen. Oh, ich habe eine Karotte gefunden. Dann ess sie auch. Nee, 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 nee. Ich nehme die mit und pflanze die dann. Dann haben wir schön unendlich Essen. Achso, ja stimmt. Das wäre dumm, wenn du die essen würdest. Und ich sage, ess die auch. Ess die YOLO. Ja. Boah, wie hat es da gedauert, dass diese komischen Stahlblöcke abzubauen. Keine Ahnung. Obwohl, Stahl ist ja auch voll hart. Hammerhart, ey. Und du musst es im Spiel auch haben. Hammerhart, ey. Ey, hier sind ganz viele Rohre. Habt man. Boah, mich hat wirklich, der Antoine hat es mir angetan, ey. Antoine. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Achso, den ich dir geschickt habe. Ja, ja, das ist zu viel, ey. Boah. Oh, ich habe schöne Weihnachtsmusik. La, la, la. La, la, la. Der Weihnachtsmusik steht vor der Tür. Gut. Boah, so ein Hammer. Das ist richtig Hammer. Das ist wirklich gut. Das ist wirklich geil, das Ding. Ja. Nur wir können den nicht reparieren, weil wir die ganzen Sachen dafür noch nicht haben. Und die dauern etwas, die zu machen. Boah, aber der ist noch gar nicht angefickt oder so. Au. Oh. Nein, sorry. Nein, sorry. So böse Wörter, Alter. Oh nein, sorry. Das habe ich einfach so rausgehauen. Ich wollte das nicht. Ja. Nein, ich wollte das wirklich nicht. Also Freunde, ich bin nicht so schlimm, wie ihr denkt. Ja, 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 ja. Ja, ich kann mich jetzt nicht mehr rausreden, ich weiß. So. Gut, also ich habe hier, oh, unser Schlafzimmer sieht richtig erotisch aus. Oh, ich komme gleich heim. Ja. Nur es ist ein bisschen dunkel, würde ich mal so sagen. Geil. Aber dein Bett baue ich jetzt noch nicht ab, weil das ist zu gefährlich. Falls du stört. Ah, ne. Ah, ja. Ja, gut. Ich bin gerade am mich hochbauen. Das Wolle. Warum hast du Wolle unter unser Bett platziert? Habe ich Wolle unter? Ja, das bin ich. Nein, keine Ahnung. Ich habe klar. Oh, ich nehme die, ich nehme das besser noch mit. Daylight Sensor. Ach, geil. Hoppa. Da war voll viel im Redstone Tool drin. Richtig cool. Das war richtig viel, ja. Ich habe, mein ganzes Inventar war gerade voll. Oh, ich hoffe, ihr seht hier wahrscheinlich gar nichts mehr, weil ich baue mich ja so einfach ganz eiskalt hoch. Ja. Ich sehe wahrscheinlich gar nichts mehr. Dann, ja, Freunde, tut mir leid. Tut mir leid? Ist halt so. Oh, ich bin, bin ich oben? Ja, ich bin oben. GG. Gut. Ich mache uns jetzt ein bisschen Holzkohle. Aluminium. Ach, das sind Kabel. Ich habe gesagt, das sind Rohre. Ich habe das doch selber irgendwann mal dahingesetzt und wusste selber nicht, was das ist. Also nein. Nein, habe ich nicht. Nein. Was ist das? Was ist das eigentlich? Aluminiumkabel? Ja. Dann muss man da auch, wahrscheinlich hier dann auch viel Zeugs verkabeln, wie ist das? Und so weiter. Ah, okay, ja, ja. Ah, das ist das dann von Computercraft oder wie? Der Mod. Kann sein. Ah, ich kenne mich auch nicht so aus. Ich kenne mich auch nicht so gut aus, weil das ist lustiger, wenn man so neu ins Modpack reinkommt. So, was gibt es denn hier so? Oh, geil. Hm. Hä? Ah, hier ist es. Ich habe gerade gedacht. Was? Nein. Mist, ich bin im Ding. Einfach am Cheaten. Wie ist das? Ja, egal. Das ist ja nicht schlimm, wenn er das wieder wegpackt, also. Ja, ich pack's aber nicht weg, ich behalte das. Wir hatten hier schon Rüben davor. Hier, vor der Hütte. Ja? Ja. Hier beim Baum. Geil. Das heißt, die Leute vor uns haben das da gelassen. Einfach so. Oh, das sieht schön aus. Da drin. Oh, das sieht wirklich schon schön aus. So, ich habe jetzt 16 Kohle mal, äh, Eisen, 33, war es schon? Also, wir haben hier schön unsere Hütte mal repariert ein bisschen so. Ah, cool. Aber, warte, die Kohle, brauche ich kurz. Ah, nimm nur, nimm nur. Ich habe hier drei Kohle schon genommen, weil dann brauche ich Fackeln. Oh, unser Schlafzimmer, das geht doch einfach nicht. Ach, hier ist, oh, die Klaue ist weg. Hi, hi, hi. Ah, hier ist jetzt dunkleres. Ah, boah, das Wood sieht aus wie du. Also, ja. Was, holt? Ja, die Farbe. Hab ich die gleiche Farbe? Ja, irgendwie schon, ja. Oh, man sieht sich nicht, du Chamäleon-Affe. Genau. Ist das eigentlich ein Affe? Ich bin ein Konzomelion, wenn. Das ist ein Affe, oder? Ja, das ist ein Affe. Mein Skin, mein Skin. Oder ein Konzo. Ein wildes Konzo. Mein, ey, ein wildes Konzo. Ein Konzomelion bin ich. Oh, geil. Geil, ich habe gerade mein letztes, meinen letzten Fischschwanz gegessen. Oh, lecker. Beefjerky. Ui, 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 ui. Boah, das würde ich jetzt, würde ich schon gerne jetzt essen, nur leider gucke ich gerade so auf die Uhr, hä? Hm, und nimmt schon viel zu lange auf, oder? Hm, nee. Na, geht doch. So, aber man könnte sagen, wir könnten jetzt mal langsam um Schluss kommen. Okay, dann. Ja. Ja, würde ich einfach mal sagen, das ist was gewesen für diese Folge. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst doch, oh. Eine negative, äh, nein. Eine negative Wertung da. Ja, nein, wenn das dir das gefallen hat, lasst ein Like da und, ja. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Ciao.